Genau, wir müssen das ja gleichzeitig machen, glaube ich. Ja, richtig. Wir müssen das gleichzeitig machen. Geht das mit Aufmountain? Ja, ich glaube fast nicht. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon probiert, ne? Okay, gut. Aber wir können es doch nochmal probieren. Ja, dann lass mich aber oben sein, dann muss ich nicht springen. Oder, ne, hier müssen wir das ja machen. So, okay. Hüpp! So, Nummer 1. Ach ne, ist schon verbockt. Ach ne, eigentlich noch nicht. Genau, wir müssen die zweite, die zweite müssen wir unbedingt zum Bremsen benutzen. Ja. Ähm, dann ist das eigentlich ganz, ganz gut. So. Hüpp, Nummer 1. Huch. Ja, stimmt, mit gemounted geht es nicht. Ne, gemounted geht es nicht. Nicht, aber das Problem ist auch, wenn man, wenn man von Anfang an, wenn man den Anfang nicht richtig macht, dann kommt man später auch nicht mehr rein. Das ist echt fies. Das ist echt krass. Ja. Aber das geht fast nicht zu zweit gleichzeitig. Na, die Frage ist, aber wir hatten ja letztes Mal schon das Problem, dass du dann nicht mehr zu sehen bist, ne? Oh, oh. Ich glaube, ja. Das Problem ist, die Blase platzt und einer ist dann zu schnell. Also, wenn, dann müssten wir wirklich genau gleichzeitig sein. Ansonsten geht es gar nicht. Ansonsten geht es gar nicht, ne. Das ist ja krass. Da müssen wir genau die gleichen Bewegungen machen mit dem Controller. Das ist ja sick. Okay, bereit, wenn du es bist. Okay. Und go. So, wir nehmen den hier mit. Dann bremsen wir hier ab. Dann hier hoch. Dann nehmen wir den. Ah. Und zu spät. Ja. Genau. Aber es sind gar nicht so viele Steps. Das geht eigentlich. Ne, das geht eigentlich. Wir haben das jetzt eigentlich ganz gut gemacht. Wir müssen den vierten, beim vierten müssen wir auch unbedingt noch abbremsen. Da müssen wir so lange wie möglich versuchen, in der Mitte zu bleiben. Okay. Okay. Und Action. Ah. Da war ich ein bisschen zu weit rechts. Ja, das ist echt tricky. Man muss genau in der Mitte bleiben. Und go. Ja. Ja. Das ist krass. Ich, also ich muss, wir müssen echt genau gleichzeitig springen eigentlich. Okay, dann zähle ich mal runter jeweils. Ja, ja. Drei, zwei, eins. Ach, da bin ich zu früh gesprungen. Das ist ja... Aber es geht vielleicht noch. Geht. Ach, nee. Zu spät. Naja, außer, ich glaube, hier können wir es noch... Wenn wir die volle Breite... Sobald wir mal auseinander sind, geht es nicht mehr. Ja, das stimmt. Dann sind wir asynchron. Ja. Äh. Okay. Drei, zwei, eins. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr parallel aus. Ah, ich komme irgendwie einfach nicht in die Mitte rein mit dem Zweiten. Ich weiß nicht genau, woran das ist. Also, hier werden wir, glaube ich, echt noch ein bisschen sitzen, ey. Das ist ganz schön... Äh, nach dir? Ja. Ja. So. Drei, zwei, eins. Ah, das sieht wunderschön. Synchronität. So. Ah, nee. Da waren wir zu spitz. Wir müssen die volle Breitseite des Ersten mitnehmen. Ansonsten geht das irgendwie nicht. Ja. Wir müssen... Aber wir müssen auch... Ja, die Frage ist... Ich glaube, wir müssen den Ersten schon ein bisschen nutzen, um abzubremsen. Ja, ja. Ich denke auch, ja. Also möglichst viel vom Ersten mitnehmen. Also möglichst viel vom Ersten mitnehmen. Hast recht. So. Okay. Drei, zwei, eins. So. So. Noch mal durch den Ersten. Genau. Ah, nee. Da habe ich den Winkel verpasst. Ah, da muss man echt... Eigentlich voll Anschlag. Eigentlich voller Stickanschlag fast schon. Drei, zwei, eins. Okay. Noch mal durch den Ersten. Rein. Ah. Man kommt... Wahrscheinlich würde man irgendwann... Würde man irgendwann wieder gleich werden, glaube ich, wenn der eine die Blase nicht mitnimmt. Aber das ist fast schon zu schwierig. Das ist zu schwierig. Okay. Denke ich. Drei, zwei, eins. Da würde ich mir ja so einen Counter wünschen, wie bei Portal. Ja. Jetzt war ich auch irgendwie ein bisschen zu schnell wieder. Ich glaube, ich springe einen kleinen Ticken hinter dir, weil wenn wir nebeneinander sind, das ist fast ein bisschen ungünstig, glaube ich. Drei, zwei, eins. Boah, ist das krass. Keine Chance. Ich glaube, da werden wir noch ne Weile daran zu beißen haben. Wow. Oh, weia. Na gut, okay. Nochmal. Drei, zwei, eins. Upp. Ah, nein. Ich habe auch das Gefühl, wir sind nicht gleich schnell im Fallen. Kann das sein? Ähm, ich weiß nicht. Ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel gegessen. Kann sein, dass ich da ein bisschen zugelegt habe. Lass es mal, ich möchte mal was probieren. Lass es mal auf drei, zwei, eins einfach da gerade runterspringen. Okay. Drei, zwei, eins. Mal gucken, ob... Ne, wir sind gleich schnell. Okay. Ne, aber guck mal durch... Na, das sind kleine Bugs, glaube ich. Oder zumindest kleine Asynchronitäten. Stimmt, das könnte wegen dem Netcode sein. Vermute ich mal. Das macht es... Warum geht es dann aber aufgemacht nicht? Ja, wir probieren mal hier so. Aber hier bleiben wir doch aufgemountet. Ja, geh mal ins Ding rein. Ja, spätestens hier trennt es uns. Aber das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Aber so können wir den Anfang zumindest... Genau. Haben wir den Anfang wenigstens synchron. Okay. Und der Countdown können wir uns auch sparen. Oh ja, das ist... Ah, fast. Fast, 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 fast. Ich muss ja bessere Bremsen einbauen irgendwie. So. Hüpp. So, nochmal mitnehmen. Ja, da war ich zu schnell. Ja, da haben wir auch... Habe ich den ersten nicht richtig mitgenommen. Ja, ich auch nicht. Da haben wir die volle Breite nicht ausgenutzt. So. Ach so, ja gut, dann mach ich. Nein. Nein. Ähm. Ähm. Schade. Das war eigentlich... War gar nicht so schlecht. War gar nicht so schlecht. Aber... Puh, da müssen wir... Also beim vierten müssen wir echt ganz schön ordentlich abbremsen noch. Sonst packen wir das echt nicht. So. Nummer eins. Nummer zwei. Ah. Ja. Ein kleiner Ticken hat gefehlt. Jetzt wären wir fast im ersten wieder... Genug... Genug abgebremst gewesen. Yep. So. Ne. Ne. Wir müssen... Wir müssen schön oben reinkommen, damit wir... Wirklichst oben, ey. ... einen vollen Durchmesser haben. So. Nummer eins. Ne. Das hat nicht... Nicht gereicht. Du musst am Anfang, bis wir das zweite Mal in der ersten Renn sind, musst du dich gar nicht bewegen. Erst beim zweiten Mal reinkommen. Wir kommen schön rein. Das erste Mal schön so und dann jetzt. Ah ja, so in der Mitte. Genau, dann nach rechts. In der Mitte voller Anschlag. Genau. Einfach nach rechts drücken. Ah, da habe ich verpasst. Also gerade, wenn du oben bist, wirklich nicht bewegen. Ich mache alles schön bis zum zweiten Mal. Ach, da war ich zu schnell. Ja, du bist da nicht schön reingekommen. Guck mal, wir müssen, ähm, vielleicht, wenn wir hier reinkommen, wir kommen ungefähr hier rein. Oder müssen wir ungefähr hier reinkommen und dann schön hier hoch. Mhm. Mal. Sind wir ein bisschen weit nach links, von links rein. Mh. Zweit unten reingekommen. Kann sich nur noch um Stunden haben. Nee, also, also, also wirklich. Nee, das war wieder nicht mittig genug. Du kannst schon ein bisschen früher nach rechts drücken, im Ersten, wenn du im Ersten drin bist. Du musst einfach schön in den Ersten reinkommen. So, und jetzt volle Breitseite beim... Ach, wir müssen wieder nach... Wir müssen unten raus beim Vier... Beim Letzten. Wir müssen komplett abbremsen beim... Ja, eben. Wir müssen beim Dritten abbremsen, beim Vierten abbremsen... Ach, beim Vierten müssen wir umdrehen auch. Ja, es ist ganz schön, äh, tricky. Aber jetzt haben wir... Irgendwann werden wir es schon haben, so. Ja. Ja. Komm schon, komm schon, ja! Oh. Wuhu. Oh. Knappe Sache. Aber... Ey. Wow. Krass. Äh. Hier ist... Ähm. Achso. Kannst du oben. Na, ich kann natürlich... Äh, achso. Guck mal, was da ist. Ne, das... Ah. Achso. Du musst da abbremsen. Mhm. Oder? Äh. Hm. Ne, das geht nicht. Huch. Ne. Na, oder? Ne, du musst mich... Genau. Oh. Ähm, ich... Du musst mich in die Blase lassen. Mhm. Ah, ne. Und ich muss, ähm... Ich muss dann oben rauskommen. Jep. Also, du... Da reingehen. Ah. Ja, genau. Das ist auch nicht einfach. Komm, 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 komm. Ja. Nein! Wieso hat das nicht geklappt? Äh, weil ich, glaube ich, Glase kaputt gemacht habe. Ne, ich glaube... Ja, Mist, da habe ich mich bewegt. Okay, drei, zwei, eins. Boah, das gibt's doch nicht. Aber das muss gehen. Das muss gehen. Das geht, ja, ja, das geht. Drei, zwei, eins. Äh. Und hopp. Ah, ich bin gegen die Wand geklappt. Kopf angeschlagen. Kopf angeschlagen. Gibt's doch nicht. Ja, schon... Äh. Gut. Ist ne Millimeter-Sache da. Aber das... Das kriegen wir schon hin. Wenn wir das andere hingekriegt haben, dann ist das ja hier Kinderspiel. Ich denke auch. Äh, hallo? Nein, du hast ein bisschen zu wenig Schwung gehabt. Ah. Ja, das sieht schon besser aus. Äh. Hä? Ich glaube, du musst später abspringen von mir. Mhm. Damit du schön von oben reinkommst. Mit Schwung. Ach. Na, bitte. Okay. Na, bitte. Geht doch. Weiter geht's. Ah. Ach, na, endlich. Unfassbar. Also, das hat uns ja wirklich auch wieder ein paar Nerven gekostet. Jep. Und ich denke, wir machen an dieser Stelle auch schon wieder einen Break. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.